Rubin? Ne... Maa... Gi... Maa... Maa... Magierin? Ähm... So... 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 so Ali hallo hallo willkommen zurück geht sie weg sehe ich jetzt sehr verehrt und gegen den Kriegsroboter ja wir sind so langsam ab abkacken das ist ja schon mal was um Gold zuerst spielen Ludwig in der neuen Karte behalten wir haben ja immerhin was auch wenn es nicht viel ist er hat ja auch einmal getauscht, mal gucken könnte, hat er ja auch nicht so schnell was ja das hilft ihnen nicht weiter so jetzt bin ich dran sims und weiter noch habe ich nichts ah ja mhm oh ja gut wenn er natürlich eh nur mit Artefakten spielt äh dann reicht ihm natürlich das aus wo er sein schwellenwertig erhöhen in irgendeiner Hinsicht so so noch ein krachend äh oder knistern äh äh knistern äh ja 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 ähm 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 OP der ist voll OP der ist voll OP schnell weg damit schnell weg damit tschüss tschüss erstmal ein bisschen Schaden anrichten wenigstens versuchen soweit es möglich ist ähm so ja die Karte wär ja quatsch ich hab ja geblockt er hat ja alle gegriffen äh Priorität weiter so jetzt äh hier nimm das nimm das hier Angriff ist er da nur noch elf für habe ich das ganze erst mal wieder ein bisschen aufgeholt okay oh tschüss ja gut soll vorkommen dass man mal auch so Pech hat und Karten verschwinden da bin ich in die Leere geflogen ja daaaah da muss man nicht mal mit einer Leertaste da ran weil der Knopf verschwindet ich denke mal das wird als Bug aber auch schon mal identifiziert worden sein sonst wäre es ja komisch Rater 10 bitte Rater 10 bitte Rater 10 bitte ok das ist ausgezogen äh also wir ziehen nicht mehr so das wie das so ausgezogen niemanden so so mit er hat verkackern äh äh diese Vortextgeschichte hier ich bin irgendwie auch dauer müde ich finde das man schläft lange aber ist trotzdem müde schon schlimm ich vielleicht da habe ich erst aufgestanden werden so her raus zoomen oder rein zoomen alle zoomen weil ich meine viel Schaden bringen ja auch nix ist der immer noch nicht besiegt äh ja schicke alle nicht erfahrt Artefakte in die Leere also deshalb das macht Sinn das macht Sinn ähm failed oh dann habe ich ja schon verloren weil da nichts mehr kommt wer ist so dann haben wir jetzt wieder minus 30.000 ähm so was haben wir denn fünfmal Sack und einmal Truhe Belohnung auszahlen in der Ruhe 700 Gold ist nicht viel ich weiß ist alles nicht viel aber ich kann jetzt mal folgendes gucken sollte ja gehen wenn ich hier den Browser öffne dass ich schon mal gucke was war da für ein Deck zusammenwursteln können jetzt muss ich erst mal gucken wo ich das wieder hatte ja ja seht ihr jetzt gerade nämlich nicht ist mir schon klar also dann müssen wir erst mal in den Kartenmanager dann machen wir ein neues Deck ich nenne es auch mal so wie es hier steht also das heißt Poker Combo Arena so da haben wir folgendes drinnen Ressourcen 24 Rubin Chart ok ok schieben wir mal 24 Rubin Charts rüber wenn mir sowas vorgeschlagen wird dann kann man es ja alles mal austesten so Sly Huntress 4 steht natürlich alles auf Englisch ist klar kann ich das hier oben auch auf Deutsch reinhauen ja ich glaube das hieß irgendwas mit Jägerin schlaue Jägerin oder so genau schlaue Jägerin waren sind äh 4 1 2 da fehlen mir also noch welche speichern kurz mal naja ist mir klar aber ich muss kurz mal im Shop gucken ja nicht im Shop im Aktionshaus nach der schlauen Jägerin Sly Huntress oder kann ich ja auch Deutsch schreiben schlaue Jägerin das ging ja alles mal nicht ähm Sofortkauf und Sofortkauf dann geht's wieder zurück in den Kartenmanager schlaue Jägerin die ist nicht teuer weshalb äh muss ich das erst akzeptieren hier Glückwunsch, 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 Glückwunsch ok schließen 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 Jägerin was ist die denn jetzt normalerweise sollte die ja dann hier auch mit auftauchen ne so die hätte von den Kosten her vier mal gucken wer das so finden und wie taucht hier nicht auf wenn ich muss ich hier kurz einmal noch mal rausgehen ähm Aktionshaus noch mal rein noch mal nachgucken schlau ah jetzt also viermal schlaue Jägerin rumin ruby pyromancer muss die rubin magierin sein davon auch vier rubin oh rubin ja komm jetzt rubin ne mar-gi ma-ma-ma-ma markieren pfff ähm so 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 wieviel hat sie an Wert? Zwei ich weiß doch dass ich die hatte also wenigstens glaube ich dass ich sie hatte manchmal denkt man doch auch das und dann hat es nur der gegner es kann sein dass ich die auch nicht heute sieht ganz danach aus dass ich noch nie in der rubin magierin hatte auch noch mal ein aktionshaus rubin magierin da magierin ich kann auch noch mal kartenmanager gucken rubin habe ich nicht okay davon auch hier sofort kauf da gehen wir natürlich jetzt so ein bisschen die mit geld flöten ist mir auch klar gut geht in einmal nicht gerade das ist die hier in der rubin magierin glaube ich wenigstens dass es die ist die sieht hier anders aus irgendwie kann ich das nochmal irgendwie nachgoggeln sonst die auf deutsch heißt ach rubin feuer magierin ist das okay ein bisschen verkackt ich muss mal gucken für gold warum heißen die auch alle gleich feuer gut fortkauf sofort kauf fortkauf fehler so keiner so viel geld habe ich nicht mehr oh man habe ich also erst die falsche gekauft macht nix sag mal so es gibt schlimmeres vielleicht stand die ja auch noch hier drinnen nehmen in dem deck nö schließen gehen wir nochmal zum kartenmanager rubin feuer magierin habe ich dementsprechend nur zweimal ich habe die schlaue jägere noch nicht da drinnen schlaue weil ich es wahrscheinlich nicht gespeichert habe soll vorkommen gut rubinlanze ist das andere aber ich sollte immer mir auch die bilder angucken rubinlanze auch vier da habe ich aber nur eine als champion war es poker das hier überhaupt schon ausgewählt ne na was jetzt elite pyromancer die tv feuer magier ja vier steht da ich habe fünf so quaking bolt ist ein blitz genau da haben wir es viermal den knistern blitz den habe ich auch viermal dann burn to the ground ich weiß nicht ob das als verbrennen irgendwas drin steht oder brennen oder brennen boden burn to the ground boden brennen ich kenne nur noch nicht jeden kartennamen auswendig aber man findet die schon auch wenn man dann halt ein bisschen durchguckt hier haben wir noch die alternativen das ist einer mit 1 und x ich kann ja mal gucken ob ich den kartenmanager drinnen habe das ist eine standard aktion ach ein äschern heißt die ok die wollen wir auch viermal haben ok muss ich mal gucken ob speichern ich habe es nicht gespeichert hier nochmal poker rubin lanze und vergiss es irgendwie auch noch eine weile mal zu speichern verbrennen kann ich auch noch viermal reinklatschen ich habe es ja alles da knisterner blitz habe ich wieder weg arena habe ich nichts okay ja dann habe ich wahrscheinlich nicht dann speichern wir es nochmal dann bin ich erstmal den part wenn es euch gefallen hat sehen wir das nächste hat uns wieder dann werde ich erstmal noch ein bisschen goldfarmen gehen weil mir fehlen ja hier eindeutig noch karten wie man sieht gut ich habe eh die falsche geholt aber macht nichts irgendwann kann man sicherlich alles mal gebrauchen wenn es euch gefallen hat das ist eine positive bewertung da wenn ihr noch irgendwelche anderen deckideen habt könnt ihr es natürlich gerne in die kommentare schreiben ihr solltet aber daran bedenken dass ich denn das gold immer erst noch manchmal farmen sollte soll wenn muss wenn ich die karten nicht habe also bis zum nächsten mal und äh ciao ciao bis zum nächsten mal